Drei Möglichkeiten, wie man die digitale Transformation in Firmen vorantreibt. Variante 1, Top-Down, das Board, das Management, bestimmt eine Strategie, wie die Firma transformiert wird. Das ist die Innensicht. Punkt 2, oder Variante 2, Bottom-Up, da geht es um Mitarbeiter, die Skills im Bereich Digitalisierung haben und die einbringen. Oder das Ecosystem drumherum, also beispielsweise Partner, die die Firma zwingen. Digitale Prozesse zu integrieren. Und dann der Dritte, da geht es um den Kunden. Customer-Centric nennt sich das. Da geht es um die Customer Journey, da geht man dieser Journey nach und schaut, was sind die Bedürfnisse der Kunden und implementiert entsprechend die digitalen Prozesse, die digitalen Tools und so weiter. Also ein Approach, der von aussen nach innen kommt. Und das die drei Möglichkeiten, wie ich die digitale Transformation in einer Unternehmung implementieren und vorantreiben kann. Würde mich natürlich interessieren, was ihr dazu sagt und vor allem, welches eure Favorisierte ist.